Was soll ich sagen? Far Cry. Ich hab's ja alle gespielt. Und hier haben wir jetzt Nummer 5. Und zwar die Deluxe Edition. Was meinst du, was da noch mit drin ist? Far Cry 5 Deluxe Edition. Mit Digital Deluxe Paket. Für ordentlich mehr Wumms, sehr klar. Karte und Soundtrack. 69,99 €. Ist gekauft. Far Cry 5 Deluxe Edition. Nur exklusiv bei GameStop. Ope County, Montana. Da muss ich mal hin. For the Players.